Es war für meine Begriffe einer der schönsten Aufzüge, die ich hiermit erlebt habe. Ich habe eine tolle Stimmung gefühlt und vor allen Dingen, wir waren nach unserer Zählung 1.300 Menschen, die durch Spauzen gezogen sind. Da ist der Applaus sehr. Die Wahrheit wird sicherlich morgen in der Sächsischen Zeitung stehen, denke ich mal. Ja, wir haben ihn schon angekündigt, den Herrn Pächel. Ich würde ihm auch als erstes gerne herbitten, dass er uns, ich denke mal, einen Bericht erstattet von den Ereignissen heute in Grästen. Man hat ja schon so einiges gehört, dass da auch der Landtag ganz schön abgeschirmt wurde und so weiter vielleicht auf diese Eindrücke mitbringt. Hallo und guten Abend, Paulsen. Grüße Sie alle. Sehr. Bin ich gut zu verstehen? Wunderbar. Gibt das? Okay. Ja, wo fange ich denn an? Wie ihr alle wisst, die Partei mit A hat heute zum Sonderplenum eingeladen und es ging darum, die... Was ist richtig? Ah, das ist richtig. In Ordnung. Also, geht es weiter. Die Partei mit A hat heute zum Sonderplenum im Landtag eingeworfen und es ging darum, die Impfpflicht für Pflegekräfte nicht umzusetzen und die Staatsregierung aufzufordern, bundesweit da zu agieren und dementsprechend auch zu handeln. Wo man denkt, es ist eigentlich eine ganz fachliche, sachliche Sache, muss man sagen, es ist eigentlich in ein ganz hässliches Theater abgeglitten. Es fing damit an, dass 120 Landtagsabgeordnete nicht da waren, dass 21 Landtagsabgeordnete abwesend waren. Wahrscheinlich gab es wichtigere Dinge, als über die Zukunft unserer Pflegekräfte zu debattieren. Am Ende war es so, dass wir eine namentliche Abstimmung eingefordert hatten und 35 Abgeordnete unserem Antrag zustimmen, stimmten, 62 dagegen stimmten, eine Person sich enthielt und wie gesagt, 21 Landtagsabgeordnete ihrer Pflicht nicht nachkamen, diese Sitzung im Landtag beizuwohnen. Ohne jetzt eine Partei schlechtreden zu wollen, aber es fing damit an, als Jörg Obern seinen Beitrag präsentierte, dass man sagte, es gäbe Wichtigeres, als über das Schicksal unserer Pflegekräfte zu debattieren. Denn seit 2000 Kilometer östlich sei ja eine große Krise, ein großer Krieg und das sei wichtiger für uns Sachsen, als ich, wie gesagt, um unsere Pflegekräfte zu gründen. Und das finde ich beschämend. Und jetzt gestehe ich Ihnen was, als Landtagsabgeordneter hört man ganz viele Themen, ist auch in vielen Dingen drin, aber niemals so tief, wie ich das heute erlebt habe. Und ich habe wunderbare Damen heute kennengelernt, die sich auf den Weg gemacht haben von Bautzen nach Dresden, um wirklich dabei zu sein, wie wir Landtagsabgeordnete über ihr Schicksal reden, debattieren und es ist für mich beschämend, dass es nicht um inhaltliche Auseinandersetzungen geht, dass man sagt, wir sehen es so oder wir haben diese Fakten oder jene Fakten. Nein, es geht darum, dass ein Thema zerredet wird, weil es nur von der Partei mit A präsentiert wird. Und im Gespräch mit den einzelnen Leuten, wenn man das erfährt, Leute sind seit 40 Jahren arbeiten in der Pflege, setzen sich für unsere aller Gesundheit ein und werden wirklich so unwürdig behandelt oder junge Pflegekräfte, die dem Druck leider nicht mehr standhalten und sagen, ich habe eine Familie zu ernähren, ich habe einen Kredit aufgenommen und deswegen habe ich mich impfen lassen, eigentlich gegen meine innerste Überzeugung. Und das ist erschreckend, in welchen Zeiten wir leben, dass Menschen gezwungen werden, natürlich indirekt, aber es ist ein Zwang, sich impfen zu lassen, um ihren Beruf ausüben zu können. Das ist eine Idiotie. Sie wissen, Sie merken schon irgendwie vielmehr da die Worte, weil man das erlebt, weil man ist in den Landtag gewählt worden, um wirklich Inhalte zu debattieren, Lösungsvorschläge zu finden. Aber wenn es nur darum geht, dieses Thema zu zerreden und über die Köpfe der Menschen entweckt, dann ist es beschämend, das muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen. Und ich freue mich, dass heute Frau Kiebelhäuser hier ist und vielleicht auch noch das ein oder andere Wort sagen kann, denn sie ist Expertin, hat das live vor Ort erlebt. Und ich könnte mir vorstellen, die Emotionen waren bei ihr noch viel, viel schlimmer, als ich das erlebt habe. Ich danke Ihnen erst einmal für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, guten Abend an alle. Ich bin eine der Glücklichen, die mit reinkommen durfte heute. Wir haben auch von den Parlamentariern die Unterstützung gekriegt, dass wir mit reinkommen durften. Wir hatten die Einladung bekommen. Ich muss sagen, es ist erschütternd zu erleben, wie gewählte Parlamentarier argumentieren im Populismus eine Häme für jemanden, der jetzt betroffen ist. Also Sie haben jetzt für uns nochmal bekräftigt, dass das richtig ist, diese bezogene Impfpflicht in unseren Bereichen des Gesundheitswesens, weil wir ja eine Gefahr sind für die Patienten. Sie haben mit Zahlen jongliert, wo man fragt, worüber reden die eigentlich. Wir selber waren oben im Besucherabteil. Jeder, der niedrigen Blutdruck hat, empfehle ich mal, zu so einer Versammlung zu gehen. Der ist sofort gesund. Und der zu hoch hat, natürlich sollte es fernhalten, diesen Versammlungen. Wir durften nicht klatschen. Wir sind dreimal abgewiesen worden, dass wir klatschen. Also unsere Zustimmung durften wir nicht geben. Eine Kollegin ist des Platzes verwiesen worden, weil sie geklatscht hat. Es wurde immer nur in den Fraktionen Zustimmung entsprechend. Also immer Fraktionszwang, der war offensichtlich gewesen. Aber die Jonglierung der Zahlen, wenn ich die Frau Köpping gehört habe, die ja nun sachbezogene Zahlen gegeben hat, bezüglich der Übersterblichkeit, das war ein Punkt, 68 Prozent Impfquote in Sachsen. Wir sind die schlechtesten und haben die höchste Übersterblichkeit. War mir neu. Es war keine Quelle ersichtlich, woher das war. Sie hat auch die Corona-Zahlen, die Inzidenzzahlen benannt, wo ich gefragt habe, ja, jetzt müsste man aber doch mal sagen, von denen Corona-Erkrankten, wie viele sind davon geimpft? Es geht hier um eine Impfpflicht, um einen experimentellen Impfstoff. Da kam nichts, leider auch nicht bei dem Schlusswort der AfD, dass da noch mal nachgefragt wurde, wie viel prozentual jetzt geimpft sind und nicht geimpft sind. Es war sehr wenig sachbezogen. Sie hatten immer nur gesagt, es ist belegt, dass eben halt doch ein Impfschutz da ist. Zu Nebenwirkungen überhaupt keine Äußerung. Und ich weiß aber, dass der Dr. Arne Burkhardt im Landtag vor kurzer Zeit gesprochen hat. Er hatte fünf Minuten Redezeit bekommen. Es ist erschreckend für so eine Problematik. Die Parlamentarier hatten gar nicht zugehört. Sie haben ihnen immer nur gesagt, ihre Redezeit ist um. Also man kann nicht sagen, dass sie nicht wissen, worüber sie abstimmen. Ich selber arbeite seit über 20, Entschuldigung, ich arbeite seit 25 Jahren auf einer Intensivstation. Seit zwei Jahren mit Corona-Intensivpatienten. Wir haben mittlerweile Nebenwirkungen liegen, die ja nicht deklariert werden als Nebenwirkungen. Das sind facettenreiche Erkrankungen. Krasse Krankheitsbilder sind immer auf einer Intensivstation, keine Frage. Aber was wir jetzt erleben, ist schon dementsprechend, was halt der Pathologe festgestellt hat. Ich habe mittlerweile auch das Gefühl, oder ich weiß es nicht, ob überhaupt, wie weit das Wissen da ist über die Befunde der Pathologie von Impfnebenwirkungen. Es war auch überhaupt keine Ansprache, warum das abgelehnt wurde, die allgemeine Impfpflicht. Also offensichtlich sind wir, die am Patientenbett stehen, Menschen zweiter Klasse, weil für uns ist es schon eine Gefahr, dass wir am Patientenbett stehen. Also ich bin jetzt zwei Jahre mit Corona-Intensivpatienten, seit dem 16. März bin ich eine Gefahr für meine Patienten, obwohl ich noch nie positiv getestet, geschweige denn erkrankt oder irgendwas habe. Irgendwas stimmt hier nicht. In der Diskussion auf Station muss ich dazu sagen, wir haben Ausnahmesituationen erlebt, ich hatte das auch schon mal referiert, es ist eine wirklich schlimme Zeit gewesen, die sicherlich auch wiederkommt, denke ich mal, weil es ja im Plan schon steht. Aber es ist wirklich eine schlimme Zeit und wer 40 Stunden am Krankenbett arbeitet und das erlebt, nebenbei vielleicht noch Notarztdienste macht, der kann einfach auch sich nicht mehr damit beschäftigen, mit dem ganzen Drumherum. Ich arbeite nicht mal 40 Stunden, ich habe diese Zeit. Und es ist schon gravierend, wenn man sieht, das, was ihn, ja, der Dr. Arne Burkhardt referiert hat, über seine Befunde, die er jetzt auch wirklich ganz sachgemäß gemacht hat und mit Unterstützung von anderen Laboren, von Schweizer, Österreicher Laboren, dass dort überhaupt nichts ankommt. Also man hat das Gefühl, sie haben gar nicht zugehört. Es geht einfach nur gegen die AfD, es geht gar nicht um den Sachverhalt. Es könnte alles Mögliche verhandelt werden. Das war das Gefühl, was ich jetzt hatte. Und dass wir jetzt, wir sind ja quasi jetzt rechtswidrig am Patientenbett. Wenn ich das auf Arbeit erzähle, sagen die, ach, hör nochmal auf, das passiert ja nicht, ihr könnt ja weiter arbeiten. Aber wir sind nicht mehr vertrauenswürdig. Wir müssen uns jeden Tag testen und müssen mit jemandem, mit den Kollegen, der muss uns bestätigen, dass wir auch wirklich einen negativen Test haben. Die geimpft sind, brauchen das nie. Da ist das Vertrauen da und egal, da braucht niemand drauf gucken, braucht man die Unterstützung. Es sind eine Zweiklassengesellschaft. Eigentlich gibt es ein Grundgesetz, Gleichbehandlung. Ich weiß es nicht, es ist die, ja, wie es jetzt gehandhabt wird. Und was mich auch sehr geärgert hat, wenn man sich beschäftigt, die Impfstoffe oder sogenannten Impfstoffe, wenn man die Änderung im Arzneimittelgesetz sich einfach mal anguckt, würde ich jedem mal raten, mal reinzugucken, was ist da bezüglich dieser Impfstoffe geändert worden, der Umgang damit. Warum haben die Impfstoffe keine Begleitzettel? Jede Tablette hat dicke Zettel, wo alles drinsteht, was ist, was zu erwarten ist. Warum gibt es das da überhaupt nicht? Es sind verschiedene Sachen, die einfach sich lohnen, mal nachzuforschen. Ja, ich danke erst mal für die Geduld, aber es ist noch viel Arbeit. Normalerweise, muss ich sagen, durften wir nicht mehr arbeiten. Muss ich so sagen, normalerweise durften wir nicht mehr ans Krankenbett gehen. Wir haben uns gefreut, wo der Herr Witschers uns zugesagt hat, dass es mit ihm kein Betretungsverbot gibt, weil wir sind einfach systemrelevant, wir werden gebraucht. Aber er hat dort auch als Person dahinter gestanden, muss ich sagen. Es war auch wirklich ein angenehmes Gespräch mit ihm. Die Frau Köpping hat es heute noch mal bestätigt, dass diese Zusage sie ja gemacht hat an die Gesundheitsämter, dass die Gesundheitsämter abwägen dürfen, wer gebraucht wird und wer nicht von den Ungeimpften. Aber wenn es ein Fakt ist, dass wir, wenn wir nicht geimpft sind, eine Gefahr für unseren Patienten sind, können wir nicht mehr frei arbeiten. Weil ich habe eine Verantwortung für den Patienten und ich möchte nicht, dass ich eine Gefahr bin für den Patienten. Aber ja, mittlerweile sind die Kollegen froh, dass sie arbeiten können, dass sie ihren Kredit weiter bezahlen können, dass der Alleinerziehende weiter Lohn bekommen. Das ist alles nachvollziehbar. Aber letztendlich sind wir quasi die Lückenhalter, bis ein Ersatz für uns gefunden wurde. Vielen Dank, Bernadette. Danke, Frank Peschel. Ja, für mich, ich möchte hier gleich anknüpfen, für mich leitet sich hier eigentlich eine Sache ab. Und zwar, das, was Frank Peschel gerade gesagt hat, ist für mich unerhört, dass 21 waren es, die gefehlt haben oder nicht anwesend waren. Ich möchte mal wissen, was Ihnen hier allen passiert, wenn Sie morgen einfach nicht Ihrem Job nachgehen. Was da passiert. Oder wenn die Pflegekräfte plötzlich nicht da sind. Und das ist eine Frage, die sich für mich stellt. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, man sagt mir persönlich ja nach, dass ich ein Demokratiefeind wäre. Ja, Frau Gerhardi zum Beispiel hat das öffentlich in der Zeitung gebracht. Aber ich möchte, und ich stelle hier diese Forderung, dass wir eine Demokratie leben. Und dazu gehört für mich, dass sich der Abgeordnete als Diener des Volkes sieht und nicht als Beherrscher. Und dafür stehe ich hier. Und dafür müssen wir kämpfen, dass wir wieder Diener des Volkes haben. Das betrifft Stadträte, das betrifft den Bürgermeister, das betrifft den Landrat. Ich muss ganz ehrlich sagen, nach dem offenen Brief, den wir an den Chef der Oberlauseskliniken geschrieben haben, an den Herrn Drogowski, habe ich eigentlich erwartet, nachdem keine Antwort kam, dass der Herr Harisch hier von sich aus einspringt und eine Antwort gibt. Die werden wir aber jetzt einfordern müssen. Ja, also wie gesagt, die Forderung, wir brauchen Diener des Volkes, die wirklich für das Volk da sind. Zum Thema Diener des Volkes ist zwar ein kleiner Seitenhieb, weil es ein bisschen eine andere Thematik ist, aber das hat uns die letzten zwei Jahre auch sehr beschäftigt. Und zwar habe ich jetzt in der Epoch Times gelesen, dass der UN-Sonderbeauftragte für Menschenrechte Nils Melzer nun seinen Urteil, wie immer auch seine Einschätzung der Bundesregierung hat übermitteln lassen. Da ging es darum, dass in den letzten zwei Jahren sehr oft nicht nur viele Grundrechte eingeschnitten oder beschnitten oder weggenommen wurden, sondern dass auch willkürlich und über die Maßen und unverhältnismäßig Gewalt an Demonstranten ausgeübt wurde. Das haben wir, in Berlin in großen Demonstrationen war es ganz oft so, aber wir haben es leider auch hier im Bautzen erlebt. Wir haben daraufhin, zumindest bei einem Vorfall hier im Bautzen, der auch durch die Medien ging, wurde auch das an Nils Melzer gemeldet. Und er hat nun, wie gesagt, seine Zusammenfassung und die Überschrift ist, die Behörden sehen gar nicht, wie blind sie sind. Und er hat es zusammengefasst, in Deutschland gibt es beim Umgang mit Polizeigewalt nach Auffassung eines UN-Menschenrechtsexperten Systemversagen. Dieses Fazit zieht der bisherige UN-Sonderberichterstatter für Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlungen. Nils Melzer aus seinem Austausch mit der Bundesregierung, wie er der deutschen Presseagentur sagte. Melzer war im Sommer 2021 wegen mehrerer Videos, die offenbar Polizeigewalt bei Demonstrationen gegen Corona-Maßnahmen zeigten, aufgeschreckt wurden. Er äußerte Sorge darüber und bat die Bundesregierung um eine Stellungnahme. Zitat, Ich fand die Reaktion der Bundesregierung bedenklich. Sagt er jetzt, nach Auffassung der Bundesregierung sei es verhältnismäßig gewesen, dass Polizisten beispielsweise einen nicht aggressiven Demonstranten vom Fahrrad stießen und auf den Boden warfen. Die Wahrnehmung der Behörden war verhältnismäßig, was verhältnismäßig ist, ist verzerrt. Er habe die Bundesregierung um eine Statistik gebeten, wie viele Polizisten wegen unverhältnismäßiger Gewalt belangt werden, sagte Melzer. Die Antwort sei gewesen, in zwei Jahren sei es ein einziger gewesen und in mehreren Bundesländern gäbe es gar keine Statistiken. Dies ist kein Zeichen von Wohlverhalten, sondern von Systemversagen, sagte Melzer. Die Behörden sehen da nicht, wie blind sie sind. Während Demonstranten teils in Schnellverfahren abgeurteilt würden, würden Verfahren gegen Polizisten eingestellt oder verschleppt, bis niemand mehr hinschaut. Sein Fazit, die Überwachung der Polizei funktioniert in Deutschland nicht. Arroganz sei gefährlich, sagte Melzer. Das zerstört das Vertrauen der Bürger in die Polizei. Wie gesagt, das ist ein bisschen Rückblick. Im Augenblick ist es Gott sei Dank nicht so, was an der Stelle auch mal gesagt werden muss, dass es sich seit die politischen Anordnungen beziehungsweise die Spielräume wieder größer wurden, Gott sei Dank wieder beruhigt hat. Dennoch sind es Fakten, die auch hier im Bautzen passiert sind. Und die kann man nicht wegwischen, die müssen einfach aufgearbeitet werden. Und zum Thema, das passt wiederum auch zu dem, was Edgar gerade sagte, wir fordern nicht nur von den Abgeordneten, dass sie ihren Job machen, sondern wir fordern es auch von allen, die in der Exekutive sind und der Judikative, von den ganzen Richtern und Anwälten. Und beim Thema Richter, ich glaube, da hast du was auf dem Herzen. Ja, das stimmt, weil die Gewalt hört ja nicht auf. Ich will da jetzt gleich noch eine Begebenheit aus der letzten Woche zum Besten oder bekannt geben. Denn im Moment, ich muss bloß erstmal kurz den passenden Stichwortzettel finden. Genau, ja. Es ist ja so, irgendwann kommt man in eine polizeiliche Maßnahme, hat eine Ordnungswidrigkeit an der Backe und obwohl man eigentlich der Meinung war, dass man sich richtig und korrekt verhalten hat, so ging es mir zumindest im Januar 2021. Man muss ja mittlerweile mit den Jahreszahlen aufpassen. Und es gab in der vergangenen Woche einen Gerichtstag, an dem man Gewalt mehrere Übeltäter, die praktisch auf der Straße zu sehen waren im Januar, als es eine Ausgangssperre gab, aburteilte, will ich mal so sagen. Was auffällig war, war, dass bei allen Verfahren, die dort durchgeführt worden sind, die gleiche Taktik beziehungsweise die gleiche Strategie von der gleichen Richterin, der Frau Dr. Gute, vollzogen wurde. Ja, und ich bin darüber äußerst empört. Es ging nicht nur mir persönlich so, sondern auch anderen so, dass die Zeugin, also die einzige Zeugin, die von der Polizei geladen war, eigentlich zumindest bei mir, eine korrekte Aussage gemacht hat. Nämlich bei mir hat sie ausgesagt, dass sie während des Vorgangs, der aufgenommen wurde, mit anderen Menschen beschäftigt war, Personalien aufzunehmen und sinngemäß damit eigentlich zu meinem Fall gar nichts sagen kann. Das ist aber an irgendeiner Stelle von der Richterin überhaupt nicht aufgenommen worden. Meine Darlegung, wie sich der Vorfall zugetragen hat, nämlich, dass ich einen triftigen Grund hatte, auf der Straße zu sein, da ich einen wichtigen Einkauf von Waren täglichen Bedarfes getätigt hatte und mich auf dem Weg zu meinem Auto befand, als ich durch einen Polizeivollzugsbeamten, nee, Quatschbediensteten, aufgegriffen wurde und zurückgerufen wurde zu einer Versammlung, zu einer vermeintlichen, ja, beruhte auf mehrfachen Vermutungen in der Richterin. Es wurden mehrfach persönliche Meinungsbildungen, Formulierungen wie meiner Auffassung nach oder ich sehe die Lage so. Fakten wurden einfach ignoriert und das Groteske war, ich habe dann, oder mir wurde nahegelegt, dass ich die Wahl hätte, meinen Einspruch zurückzuziehen oder eben es käme zur Urteilsfindung, was dann Plus Geld, Plus Gerichtskosten, Plus eventuell, wenn ich mir das leisten will, die nächsthöhere Instanz bringt. Ja, ich habe mich, sage ich auch ganz ehrlich, ich bin dort eingeknickt und habe mich dann dafür entschieden, meinen Einspruch zurückzuziehen, weil das ist für mich das kleinere Übel. Mir ist es einfach nicht um das Geld gegangen, sondern mir geht es um die Lebenszeit, die ich in den nächsten Verfahren dann praktisch einbüßen würde. Aber, was ich hier bei der Versammlung sagen darf, was ich wahrscheinlich im Gerichtssaal hätte nicht sagen dürfen, weil wir eben nicht in einem freiheitlich demokratischen Land leben, ja, was war das jetzt eigentlich? War das Nötigung? War das Erpressung? War das Erpressung im Amt? Es waren mehrere Menschen anwesend, der Polizeivollzugsdienst war auch da als Zeuge. War das Erpressung bandenmäßig? Ja, das sind alles Fragen, die ich hier stelle. Was es nach meiner Meinung nach auf alle Fälle war, war eine Rechtsbeugung. Und nicht nur in meinem Fall, sondern auch, ja, zumindest in den Fällen, die mir bekannt waren, die an diesem Tag verhandelt wurden. Und, ja, wir werden sehen, ich überlege noch, wie ich der Sache noch nachgehe. Sicherlich, ich werde das Bußgeld bezahlen, aber ich werde es wahrscheinlich nicht darauf beruhen lassen. Es gibt da ja noch Möglichkeiten, zumindest Sand ins Getriebe zu streuen. Ja, und da muss ich eben sagen, wir müssen wieder zurück. Wir müssen zurück zu einem Rechtsstaat. Ich meine, dass mit diesem Rechtsstaat hier was nicht stimmt, beziehungsweise, dass wir den nicht haben. Das habe ich hier schon mehrfach ausgesprochen, diese Meinung. Aber am letzten, am vergangenen Mittwoch, wurde es mir noch mal ganz besonders deutlich gemacht. Und hier werden wir auf alle Fälle, oder ich werde hier so lange stehen, bis diese Verantwortlichen auch alle zur Rechenschaft gezogen sind. Ich sage mal so, die Geschichte mit Nils Welser ist ein Anfang. Und wir werden es schaffen, dass wir diejenigen, die sich hier sprachbar gemacht haben gegenüber der Menschenrechte, dass wir die auch entsprechend zur Rechenschaft ziehen können. Und hier auch da. Und hier wird es. Und hier wird es. Und hier wird es. Und hier wird es. Ich habe hier ziemlich geschít. Und hier wird es. Und hier wird es. Ich habe hier natuurlijk auch gew pretend. Und hier werden wir eine sehrbezuleg snapping gemacht sut Leicha.